hier und wieder mal herzlich willkommen bei jojo spielt minecraft erst mal was essen das war ein guter übergang muss ich sagen wir hatten in der letzten folge das gebaut der turm war verkackt weil ich die kopfhörer auf volle pulle gehabt und das geht natürlich nicht und jetzt wollen wir weiter bauen wir brauchen erst mal das okay schon wieder was essen noch toll erst mal den gang hier fertig bauen wir müssen noch die möhren noch anpflanzen ich hoffe dass jeder nichts passiert weil hier kommt ja dann auch licht rein hatten doch fackeln gemacht ne noch nicht aber die klein mir geht gar nicht wie ich so klein gekriegt hatte dort finden ja wir müssen zusehen dass wir hier licht rein kriegen ja da wollen wir wieder essen wir müssen auch oder hat keine mehr okay ach so hier muss ich ja auch noch weg nehmen hier machen wir gleich eine schaufel eine schaufel und wird essen aber noch zick ist ja das ist doch viel schneller mit der schaufel ja da kommen nachher die mehr noch mit rein welche nicht aufgefordert habe aber ich habe da hinten ja noch an wasser noch mehr das sieht doch schön aus hier echt scheiße das muss ich nachher alles schön dekorieren alles ja 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 haben wir es mal bis hierhin ne ne da brauche ich was anderes was besseres ja erstmal was essen wieder ja essen ist in diesem modpack echt sehr wichtig weil sonst stirbt man dann wollen dass man den gang machen hier oben kommt glas rüber und dann sollte das klappen ne wieso baut ihr das nicht ja da brauche ich wohl was besseres genau so dann müssen wir noch zusehen dass wir ein lagersystem endlich kriegen okay wir haben im ofen noch was das ist nicht viel mehr aber es reicht wir sollten ja mal ne rein muss ich ja denn noch hier können wir noch dahin machen und dann haben wir dort das wird doch nice ich hoffe dass es nice aussieht nachher die bs das ist schon wieder ich glaube das ist aber in der insel oben was man sagt dann eben was hier untergefallen ist keine ahnung jetzt mal was weg sammeln was packen und wird essen wieder dass das krasse platz ok ich glaube ich krasse black quatsch so dann wollen wir hier noch mal oh man kann doch nicht bis länger dauern ok dann müssen wir es mal so machen wir müssen hier wieder fackeln hinkriegen das war ja wohl nichts mit 9 wir müssen wieder was essen junge 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 sind erst bei neun minuten so ich bin es so dunkel dann wollen wir schlafen das ist auch immer gut dann will man ein bisschen bäume fällen hier hinten am besten so mal gucken wieso ist da wasser das müssen wir dann dicht machen ja das müssen wir hier dicht machen das wird aber eine arbeit werden aber wenn ihr das modpack spielen wollt dann müsst ihr auch in der einstellung was runter drehen mal dazu gesagt weil sonst bringt das nämlich nichts schon wieder was essen naja das schon leicht rote flecken so denn einmal schnell so machen das genommen ja so dann machen wir den gang hier fertig und dann werden wir die möhren auch anbauen dann brauchen wir aber viel 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 holz und er die ich habe das 44 ok das ist mein neues aus und dann können wir das verbreiten wenn wir das können das ist der weg oder der erde so den eingang muss ich dann auch neu machen da muss ich mich jetzt hinstellen so das hätten wir dann brauchen wir noch eine hühnerfarbe eine kuhfarbe eine scharfarbe dann haben wir eigentlich genug vor der nähe wenn wir das alles für den wir gehen jetzt mal bis dahin wir gehen jetzt mal bis dahin man lass das doch mal also das geht ja gar nicht hier ständiges futtern hier müssen wir auch noch ein bisschen weiter gehen hier soll ja die erde rein bleibt manchen fehler da ich so dicht an der wand gehe aber schauen wir mal und wir müssen dann auch zusehen dass wir dann windmühlen bauen als nächstes dass wir vernünftigen strom haben und in der ayu ist jetzt endlich auch in der 1.12.2 wenn ich das einfügen soll müsst ihr mal bescheid sagen dann wird das sein gang gehen so dann erst mal was essen ne so wieder mal was essen ok hier machen wir mal eine fackel hin können wir nicht weil die da sind wir brauchen futter und wenn das fertig ist ist alles ok ok wir haben ja hier warte den brauchen wir so wir müssen jetzt wird essen jo jo wir haben immer gesagt drei haben wir die steine hier nein jo das kann nicht wahr sein habe ich keine mehr wo wir sind bei 16 minuten dann sage ich mal tschüss bis zum nächsten mal und nicht vergessen zu abonnieren kommentieren teilen leiten und zuschauer fragen zu stellen und beim nächsten mal mache ich das hier alles fertig und dann gucken wir mal ob wir windmühlen bauen können bis dann ciao bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann